Es ist mal wieder so ein Nachmittag, wo man nicht nach draußen gehen kann, weil es zu heiß ist. Und jetzt habe ich mir so ein paar meiner Lieblinge hier aufgebaut. Natürlich sind das Gruselhörspiele und Giovanni sagt immer zum Beispiel, sowas darfst du nie hören am Tag, wenn Sonne scheint. Mir ist das eigentlich relativ pappe, ja. Charles-Renier geht immer und da muss ich euch sagen, wir haben jetzt jemanden gefunden, der mit Charles-Renier zusammengearbeitet hat und zu dem Herrn haben wir Kontakt aufgenommen. Da kommt bestimmt noch eine richtig tolle Sache, aber jetzt geht es ja erstmal hier um den Nachmittag, den sonnigen, den ich mir hier mit Klimaanlage und Kühle und einem etwas kühlen Hörspiel in Form eines Gruselhörspiels so ein bisschen verschönern will. Wird es denn Dracula König der Vampire oder Dracula Jagd der Vampire oder soll ich doch eher Edgar Wallace den vorzugeben? Ja, ich weiß, dieser Flatschen hier von Anno Toback, ja, wer kam auf die Idee genau auf, Henry Arthur Milton alias der Hexer, diesen Flatschen zu kleben, ja. Ja, Leute gibt es, die gibt es gar nicht. Ja, aber jetzt soll ich den hören oder, eigentlich ist ja Dracula Jagd der Vampire schon hier, aber das gibt es ja nochmal, ihr wisst es ja, Konrad Halber hat beide Skripte geschrieben hier, äh, na, warum wird die Kamera nicht scharf hier, äh, Dracula Jagd der Vampire von Maritim mit anderen Sprechern, äh, das Bild hier ist Christopher Lee nachempfunden, da gibt es eine herrliche Szene, da liegt er so im Sarg. Und das hat der Illustrateur sehr gut dargestellt, etwas übertrieben die langen Beißerchen hier, aber ich habe die Schallplatte sehr gerne, aber nur von der Optik. Die Fassung, äh, mit Peter Versten als Dracula ist mir ein bisschen zuwider, der hat einen, so einen ganz merkwürdigen österreichischen Dialekt oder Akzent, der passt überhaupt nicht zu Dracula, äh, wen ich sehr gern mag, das ist Wolfgang Kieling als Erzähler. Der ist genauso gut wie Hans Pitsch als Erzähler. Also jetzt ist die Frage, was soll ich hören oder soll ich vielleicht alles weglegen und soll nur Rasmus und der Landstreicher hören, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird mal wieder, was so schön farbig ist, hier, meine Platte, ja, die ich als Kind, ja, sogar im Schwimmbad als Kassette rauf und runter gehört habe, ja, Dracula, König der Vampire mit einem herrlich süffisanten Charles Regnier und, ja, also es bleibt eine große Liebe und ich glaube, die wird es, ja. Und was sagst du, Dracula? Hm, 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 ja, der zwinkert mir zu, der sagt, komm, leg mich endlich auf den Plattenspieler, sonst beiße ich dich.